Jo Freunde, was läuft, was geht? GambleJubel ist zurück, eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Seven Science Casino. Heute geht's in eine Runde Blackjack Club Royale VIP. Wir gehen rein, Einsatz, 2400 Euro. Mal schauen, was es hier wird. Genau, ich hatte gar nicht gesagt, wir starten mit einer Balance von 11.000 Euro. Wir haben uns das letzte Mal wieder gut hochkämpfen können. Schön, dass ihr dabei seid. Let's go. Und ab in die Karten. 8 und 10 und 14 und Blackjack. Nice. 14, lass ich mal stehen. Lass ich mal stehen. 6, 16, 12 und 10. Ja, nee. Aber ja. Ich dachte, er hätte sich überkauft. War voll dumm. Ja, Amateur. Aber trotzdem, 2500 Euro gemacht. Wir sind wieder auf 11.100. Wegen dem Blackjack. Machen wir jetzt was anderes. 1000 Euro Hand. Mit 50, 50 Sidebett. Bisschen Systeme reinbringen. Sorry, Freunde. Oh mein Gott. Aber er hatte sich mit 20 zusammengezogen. Habe es irgendwie optisch anders gesehen. Genau. Let's go. 9, 11 gegen 5. Wir verdoppeln. Mache ich ja fast nie. Schläft er ein. Und 10. Nice. 20. Will der mich verarschen. Dann kriegt der eine 21 oder was. Und der schläft dabei auch noch ein. Die Hand müssen wir jetzt gewinnen. So schnell kann es gehen. Nur noch mit 3.700 Euro. Komm. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Was war das gerade? 14 gegen 5. Ja. Wie kann man so einen Lack haben? Ja. Huh. 12.000. Wir sind wieder hoch. Das war so amateurhaft hier alles. Ich gehe raus. Wir gehen in ein anderes Game. Und zwar. Wie heißt es nochmal? Da wollte ich auch mal wieder rein. Ich muss kurz realisieren, was ich da schon wieder angestellt habe. Wir waren schon runter auf 5.000. Jetzt wieder auf 12.000. Ein Glück. Ein Glück. Ein Glück. Nur weil man. Dann wurde ich einfach sauer. Wegen der 21. Aber dann habe ich es ja hingekriegt. Wir gehen rein. Wir machen. 1.440 Euro Bonus Buy in Wild West Golden. Let's go. Gamble Joey. Come on. Sind wir nämlich trotzdem noch auf 10. Dann haben wir eine gute Chance. Ich glaube hier war ich auch lange nicht mehr drin. Und schauen wir mal. Hallo. Wilds. 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 Schlecht aktuell. Ja. Verlängerung. Verlängerung. Ja. Verlängerung brauchen wir jetzt schon. Wäre gut, wenn ihr die gibt. Hier in der Mitte und Verlängerung. Verlängerung und hier in der Mitte. Okay. Verlängerung. Verlängerung. Sehr wichtig. Komm. Machen einfach so einen Stern noch. Come on. Aua. Jo. 144 Euro. 1.400 eingesetzt. Man hat es echt nicht leicht. Pragmatic Play. Jetzt komm. Kann es auch mal wieder besser werden jetzt. Wir waren gerade auf 12. Jetzt sind wir schon wieder nur auf 9. Wir brauchen jetzt was. Komm. Wild. Genau. Und direkt eine Verlängerung. Direkt einfach mal. Ja. Ja. Und vielleicht auch noch einmal. Oh. Oh. Drei Stück. Nice. Super. Man sagt so oft. Passiert nie. Und dann passiert es. Und jetzt die Wilds hinterher. Komm. Nochmal verlängern. Wir natürlich insane. Ja gut. Wir brauchen die Wilds jetzt. Das ist wichtig. Früh. Das ist schon wieder. Keine Nieten da rein scheppern. Das ist doch schon wieder. So. Mach die Wilds jetzt. Komm. Jawohl. Sehr gut. Nochmal Verlängerung. Wie gesagt. Richtig insane. Wenn er hier noch ein Wilds macht. Mal 5 oder so. Oh. Ja. Ja. Jetzt hier. 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 Klatsch da ruhig noch eins rein. Dann kannst du ja gut scheppern. paar Spins haben wir ja noch. 252. Nice. War noch nicht das gewünschte Ergebnis. Noch zwei Wilds hier rein. Und dann ist... Na ja. Okay. Zwei Wilds. Die halt Sinn machen. Er muss die halt so legen. Dass die Sinn machen. Noch vier Spins. Kann er noch. Okay. Nice. Gutes Bild. Mit dem Kopf. 714. Nice. 1700. Klatsch nochmal. Oh. Oh. Ja. Ja. 809 Euro nochmal. Nice. 2500. Komm. 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 Ja. Noch ein Wild hinten. Und jetzt. Irgendwas krasses voll landen. Irgendwas müssen wir landen noch. Komm. Ja. Sehr viele Wilds. Leider relativ spät jetzt da oben. Aber nicht so gesetzt, dass die halt so überkrank sind. Aber trotzdem. 3200 Euro. Wir sind wieder hoch auf 12.000. Das hat uns... Das hat uns wieder gerettet. Von gerade. Ja. Schade. Oh. drei mal hintereinander. Sorry, kurz durchgedreht hier wieder mit der Schnelligkeit. Was macht man jetzt, ne? Ach, Freunde, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es schon wieder nicht. Boah, die werden wahrscheinlich jetzt schlechter als die gerade. Ich hole jetzt für 960 Euro Wege rein, let's go. Nicht gleich wieder die ganze Gier auspacken und jetzt waltz, 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 okay. Ach, schade. Das hatte ich nur nicht erwartet. Eine Verlängerung vielleicht? Nope. 3,84 Euro bisher. Verlängerung. 96 Euro. Ja, Bullshit halt. Und ich möchte jetzt 2160 Euro Bonus bei für euch. Let's go. So, wir gehen rein. Und jetzt mal richtig, richtig nice, überragende Spiele auf 21,60 Euro. Wünsche ich mir. Ja, komm. Wild, 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 wild. Und Verlängerung, einfach Verlängerung direkt. Hier ist schwierig. Ach, nein. Ja, Verlänger, 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 Verlänger. Wichtig, 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 wichtig. Komm, ein Stern, ein Stern. Du musst verlängern, sonst alles aus. Ah, danke, ist alles aus. 2400 Euro wegen rein. Let's go. Wuhuuu. Ich hoffe, da habe ich jetzt Glück. Ich hoffe, ich habe da Glück. Wilds, 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 wilds. Komm, 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 komm. Ja, mal fünf. Mal fünf. Links daneben, mal drei jetzt. Komm. Verlänger. Einfach direkt rein. Komm, wilds unten. Mach die wilds unten. Verlänger, 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 verlänger. Oh. Komm. Was soll das mit einem wild da unten? Mehr wilds. Mehr. Genau, jetzt einfach da noch eins hin, dass wir wenigstens eine Reihe haben. Dann haben wir einmal drei haben, einmal fünfer. Und mir ist nochmal einmal fünfer, einmal drei. Weiß nicht. Bo. Wir brauchen mehr. Verlängerung auch. Verlänger einfach. Uh. Oh. Ohh. Oh. Vielen Dank. Komm jetzt. Komm jetzt. Come on. Wide, 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 wide. Einfach direkt. Von. Von. Komm jetzt. Mach da viele Wilds einfach rein. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm schon! Nice Nice Jetzt verlängern Okay, der macht 1, 2 Folle rein 1, 6, nice, 936 Komm, 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 komm Ja, 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 ja Und jetzt 1.342, jetzt einen richtigen Banger Komm, ja, ja, hinten auch Hinten auch, ja, okay 1.400 4.419 5.500 5.500 5.500 7.000 11.00 8.500 Wir gehen nochmal Club Royale, VIP Blackjack. Ich habe jetzt ein bisschen wenig geredet, weil es schwierig ist, was ich hier mache. Digga, jetzt. Flasche hätte ich gehabt. 11 Nice, 10. Klatsch den 10 drauf, klatsch den 10 drauf. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Was sind das für Karten? 5, 3, 3, 6, 10. Alter, das wird schwierig. 10, 10, 10. Ja! Wieder hoch auf 11.000 Euro. Ei, 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 ei. Ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch hier, Freunde. Wir gehen nochmal in White-Weiß-Gold rüber. 1440 Euro Bonus bei Let's Go. So, wir gehen rein. Boah, ey. Es ist ein... Ein Gezocke. Let's go. Wild West. Zeig uns, was du kannst. Klatsch mal schön viele Wilds da rein, jetzt. Na, Verlängerung, Verlängerung. Komm. 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 Okay. Einmal für euch noch, für die Community. Sonst muss ich echt hier aufhören mit. Come on, let's go. Wilds, Wilds, verläng... Ja! Verlängerung Mai 5er. Jetzt noch, noch mal. Komm, mach noch einen Stern. Noch einen Stern einfach. Komm. Das ist, glaube ich, der beste Start, den ich seit langem hatte. Komm. Und jetzt einfach durchziehen mit Wilds. Das ist 24 Euro brach. 2400 Euro investiert. Jetzt daneben brauchen wir welche jetzt. Komm, noch mal Verlängerung. Oh, Wilds daneben. Wild, Wild. Machst du Wilds. Verlängerung. Stern. Stern. Wir brauchen die nebeneinander. Komm, hier. Jetzt, Wilds. Komm, please. Gönnen. Gönnen jetzt, Wilds. Komm. Ey, das ist doch so ne Abzocke. Komm jetzt. Verlängerung dann. Das wäre auch ultraspannend, wenn wir jetzt nochmal verlängern. Boah! Was? 1392. Junge, es sind nur mal Fünfer. Er muss irgendwas connecten. Boah, das kann das beste Bild ever werden, wenn du was connectest. Ja. Ja. 110. Okay. Komm, 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 komm. 2698 war jetzt nicht schlecht, aber Leute, wenn der hier zwei Wilds rein macht, mal zwei ist, schlaf mich tot. Hier irgendwas. Ey, das scheppert komplett auf 24 Euro. Er hat uns so angeteasert. Ich will es halt auch unbedingt wissen, ne. Ich mache es nochmal. 2400 Euro Bonus bei Let's Go. Normal ist das nicht, mach es zu Hause und nicht nach, was ich hier mache. Komm. Abfahrt. Okay. Wilds, 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 Wilds bauen wir. Verlängerung auch gut. Komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit Verlängerung. Einfach einen Stern, komm. Ja, dann mach hier mal Fünfer rein. Okay. Verlängerung. Ja, wir brauchen langsam eine Verlängerung. Das wäre schon richtig. Komm, jetzt verlängern. Gönnen. Jawoll. Und. Ja. Aber plus vier. Nice. Jetzt hier ein Wild rein. Und dann haben wir schon, ah, schon eine gute, gute Ausgangspose eigentlich. Oh, mal Fünfer. Dann hier unten wieder eins. Uns fehlen halt so ein Paar noch. Ja. Aber mach mal. Oh. Ja. 1.636. Jetzt haben wir es. Jawohl. 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 1.611. Jawohl. Der zieht richtig, der zieht richtig, der zieht. 2.352. Jawohl. Da ist das Ding. Da ist es. 6.926 Euro und 40 Cent. Wir sind hoch auf 14.000 Euro. Ich habe es mir aber auch richtig schwer gemacht heute. Ei, 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 ei. Ob das so. Na gut. Im Endeffekt war es clever. Weil ich bin ja höher als vorher. Aber ob das so. Ja. Keine Ahnung. Mein Herz schon wieder, ey. Ich habe es schon wieder übertrieben. Aber das macht halt so Bock dann, ne? Wir haben es geschafft nochmal in Wild West Gold das Bruder rumzureißen heute. Gewinn und Verlust liegen immer sehr nah beieinander. Macht euch das bewusst. Man gewinnt natürlich nicht immer. Jetzt hätte ich hier ganz anders enden können heute. Ich werde es daher jetzt auch sein lassen. Hat echt Bock gemacht. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Falls ihr nicht Glücksspiel, kann sich dem Mann spüren. Bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. Haut rein. Macht's gut. Bis morgen. Allgermedurch. Ciao.